Also Leute, wir spielen wieder Entfernungen Raten. Vom Megapark zur Semper Opa. Opa? Opa? Ja. Megapark? Also. Ich war bei beidem noch nicht. Praktisch schwarz und weiß. Weißt du, wo die Semper Opa ist? Vielleicht, ja. Weißt du, wo der Megapark ist? Ja? Wo denn? Ballermann. Ballermann. Oder? Oh ja. Ist das Ballermann? Ich war älter. Ich war da noch nicht. Schinkenstraße? Oder wie heißt das da? Nein. Nicht? Megapark ist ja nicht in der Schinkenstraße. Ja, keine Ahnung. Oder? Also ich war schon im Megapark. Ich wüsste, welches Lied wir dahinter legen können. Ja? Vergiss mir. Welches? Olivia, Lea, Lauer gibt es, glaube ich, auch mittlerweile. Leila. So, die Entfernung. Das ist einfach. Also, das habe ich auf den Kilometer genau richtig. Ich fange trotzdem an. 1.875 Kilometer. 1.288 Kilometer. Richtige Antwort. 1.540 Kilometer. Oh, jetzt müssen wir rechnen. Nein, nein, ich habe gewonnen. Das ist ganz klar. 540. 1.540. Das ist... Ja, okay. Fast. Ich habe gewonnen. Wir treffen uns in der Mitte. Nein, 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 nein. So nicht. So nicht. So nicht. So nicht.